Wir als Angeljugend veranstalten regelmäßig Webinare zu aktuellen Themen. Im Monat April gibt es zwei Webinare zum Thema Renaissance eines links-rechten Antisemitismus und Anti-Amerikanismus, Handlungsperspektiven für eine politische Bildung mit Zivilcourage und zwei Webinartermine für ein Umweltschutzthema Grünes Licht für die Zukunft – Konsum macht Umwelt. Alle weiteren Infos findet ihr unter dem Link in der Infobox.